wer hat von euch wieder den stein verloren der allgemein steine könnte es ja schneller machen ups runter mit dir so das ist das ist es 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 wie es Ah, die Sonne geht jetzt gerade auf, oder? Ja, es sieht aus, als ob die Sonne jetzt langsam wieder aufgehen würde. Irgendwie war diese Nacht nicht so dunkel, muss ich sagen. Und ja, ich weiß, wahrscheinlich in den YouTube-Videos sind sie ziemlich dunkel nachher. Und ja, ich weiß, wahrscheinlich in den YouTube-Videos sind sie nicht so dunkel. Und ja, ich weiß, wahrscheinlich in den YouTube-Videos sind sie hier auf. Und jetzt ist es schon so kurz, wie in den YouTube-Videos ist sie, und so weiterh Rim. Und dann geht's das denn. Und dann kommt ihr, wenn ihr euch so calmly verlebtet, oder wie es so n stimmt, wie es das Kollpelt vor und dann geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer hat wieder... Du da... Zurück mit dir und aufräumen... Hydra... Immer wieder ist es Hydra... ... 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 die Steine aufgeteilt. R12, R18. Er baut noch einen Stein abgerade und er kriegt die anderen nicht ins Inventar. Die liegen dann einfach rum. Okay, ich sag es nervt mich, aber ich find's einfach doof. Für mich ist das kein Feature, für mich ist das immer noch ein Bug. Und dann kann man nicht sagen, das Spiel ist fertig. Ich bin nicht sauer auf das Spiel. Ich bin nur enttäuscht von den Entwicklern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Um einen schlechten Witz zu bringen, ich glaube, diese Kanadier sind nicht sorry. Sie sollten aber sorry sein. Ah, wieder dasselbe Problem. Okay. Lassen wir die mal so gehen. Steht da nicht rum, bewegt euch. Wir brauchen Steine. Um diese hübsche Busterung hier aufzufüllen. Aber hey, die Ecke auf dieser Seite, die wir, mit der wir hatten, die haben wir jetzt freigelegt. Yay. Geht nur noch die Ecke hier hin. Aber da kommen wir auch noch hin. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Wo willst du hin, McCoy? Manchmal bitte ich sie darum, etwas zu machen und die machen ganz komische Sachen auch. Wie McCoy jetzt gerade. Was ist das? Auch gut. Und es ist wieder passiert. Man muss denen echt die ganze Zeit zugucken und sie korrigieren. Manuell. 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 Okay. Gehe jetzt mit halber Ladung wieder heim. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, aber ich würde dann mal sagen, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Also, save overwrite. Hm? Und dann machen wir hier einen Cut. Also, bis gleich. Und dann machen wir hier einen Cut. Und dann machen wir hier einen Cut. Und dann machen wir hier einen Cut. Und dann machen wir hier einen Cut.